Jo, was geht ab? Wir kochen wieder was. Und zwar ein bisschen geschnetzeltes. Hühnchen in dem Fall ist das. Das werden wir ein bisschen anbraten. Leicht würzen. Also wir werden es ganz easy anbraten. Nicht so, weiß ich nicht, direkt auf 9 oder so einen Scheiß. Macht man in der Regel nicht. Dazu werden wir Pilze nehmen, Zwiebeln, Knoblauch. Werden die in dem großen Wok anbraten. Dazu noch ein bisschen Reis. Ja, ich habe hier diesen Jasmin-Reis genommen. Und dann, wenn die Pilze so ein bisschen angebraten, angedünstet sind, kommt das Gemüse drauf. Ganz viel Brokkoli, Zucchini, schön viel Tomaten. Ein bisschen klein geschnibbelt. Richtig gut. Und dann machen wir da so eine Art Gemüsepfanne draus. Und packen dann den Reis dazu. Und das Geschnetzelte würzen das Ganze noch ein bisschen ab. Und das sollte ziemlich geil werden. Los geht's. So, wir sind dann soweit. Und wie ihr seht, ja, vielleicht noch mal hier. Bisschen mehr Licht. Sieht ziemlich geil aus. Ähm, ja, noch ein bisschen nachgewürzt. Und jetzt packe ich mir so ein bisschen was. Vielleicht nehme ich hier einfach so eine größere Kelle. Bisschen was auf den Teller. Und dann mache ich noch ein bisschen, äh, Parmesan drüber. Weil ich mag irgendwie Parmesan. Finde ich geil. Parmesan geht immer. Das können wir eigentlich ausmachen, die Platte. Und ja, dann, äh, guten Hunger.